Das ist ein Bild, das man bei Dieter Bohlen eher selten sieht. Der Pop-Produzent schmürgt eine und das direkt unter einem Verbotsschild. Aber wer will einem Dieter Bohlen schon was verbieten? Es sind Bilder aus Moskau, wo er vor über 30.000 Menschen auf der Bühne Folgendes tut. Genau, er singt, aber dazu gleich mehr. Einen Tag vorher kommt Dieter Bohlen natürlich mit seiner Freundin Carina vor seinem Moskauer Hotel an und ist bester Laune. Irgendwie fühlt sich der Superstar aus Tötensen hier fast wie zu Hause. Ja, natürlich, weil ich habe hier eine Menge Fans und ich freue mich immer, wenn ich hier bin. Weil ich bin hier schon seit 20 Jahren, komme ich nach Moskau, finde ich irgendwie lustig. Und noch lustiger ist es zu zweit. Das ist schön. Alleine fahren macht mir keinen Spaß. Dass Dieter Bohlen auch in Moskau viele Fans hat, darf man ihm durchaus abnehmen. Und es gibt noch andere Parallelen zu Deutschland, denn manchmal muss er sich auch hier verstecken. Vor dem Moskau-Hotel hat sich eine verwirrte Anhängerin des Produzenten eingefunden, Shana aus Weißrussland. Wissen Sie, ich bin seine echte, kosmische zweite Hälfte. Und er weiß das natürlich auch. Ich wollte mich mit ihm schon 2002 treffen, wir konnten uns aber nicht treffen, wegen seiner Freundin. Tja, dann wird's wohl auch diesmal nichts. Denn eine strahlende Carina weicht in der russischen Hauptstadt nicht von Dieter Bohlens Seite. Auch nicht, als der am nächsten Tag auf dem Weg zur Bühne ist. Soll dieser Auftritt jetzt womöglich ein heimliches Auslands-Comeback von Dieter Bohlen als Sänger werden? Vermutlich nicht. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres kam ein Album von Dieter Bohlen heraus, auf dem einer seiner Songs rückwärts abgespielt folgende Botschaft enthielt. Ein Scherz, denn damals erklärte Dieter zu seiner Zukunft als Sänger und zu einem dritten Comeback von Modern Talking das hier. Ich finde ganz ehrlich, also bis auf Ausnahmesituationen gehört so ein alter Sack wie ich nicht mehr hinterm Mikrofon und singt dann Disco-Songs. Und Moskau ist scheinbar eine Ausnahmesituation. Hier tanzen die Fans sogar mit Plastiktüten. Dieter Bohlen war Gast bei einer 80er-Jahre-Revival-Show und stand nur deshalb mit drei alten Songs auf der Bühne. Ob er da nun als Blue System, Dieter Bohlen oder die eine Hälfte von Modern Talking auftritt, ist ihm dabei völlig wurscht. Ich mache das, was die Leute wünschen und die meinten, ich soll diese Titel singen und deshalb habe ich die gesungen. Ich hätte aber sonst, also vielleicht, wenn ich das nächste Mal komme, singe ich ein paar neue Titel. Eigentlich nicht notwendig, denn die alten Songs laufen in Moskau wie verrückt, sogar wenn Bohlen sie nicht singt, sondern nur geschrieben hat. Wie für C.C. Catch zum Beispiel, die auf dem gleichen Konzert auftrat. Eine persönliche Begegnung zwischen den beiden gab es auf dem Konzert allerdings nicht, was wohl auch daran liegt, dass es mal einen ziemlich bösen Gerichtsstreit über die Namensrechte an der Marke C.C. Catch gab. Trotzdem ist die Sängerin Dieter Bohlen für ihre früheren Erfolge bis heute dankbar. Er hat meine Karriere maßgeblich unterstützt. Er war derjenige, der mir half, mein erstes Album zu veröffentlichen. Es ist ganz klar, seine Musik hat mich berühmt gemacht. Und im Gegensatz zu ihr hat Dieter Bohlen immer noch Erfolg. Bis man ihn allerdings das nächste Mal wieder singend auf einer Konzertbühne erleben wird, dürfte es wohl etwas dauern, denn er hat im Moment ganz klar andere Schwerpunkte. Ja, ich mache im Moment mehr Fernsehen. Also ich konzentriere mich in Deutschland eben, und ich bin ja hier exklusiv bei RTL in Deutschland, und ich mache, Deutschland sucht den Superstar. Und das ist für mich im Moment wichtiger, zu machen Fernsehen. Na, das freut uns doch, auch wenn es für Dieter Bohlen und seine Carina bedeutet, dass Moskau nicht viel mehr als eine Stippvisite ist. Dabei wäre Dieter sicher gern länger in der russischen Hauptstadt geblieben. Ich war heute auch wieder auf dem Roten Platz, und das war sehr schön. Das hat mir sehr, also als das Gumm, die Lichter alle angingen, das war sehr, sehr schön für mich. Doch jetzt muss er erstmal wieder zurück. Russlands scheinbar ewiger Superstar Dieter Bohlen sucht demnächst wieder neue Superstars bei uns. Vielen Dank. Vielen Dank.